so mal ein kleiner zwischenbericht wir sind mit dem raum schon einiges weiter gekommen mittlerweile ist auch schon gestrichen guckt euch das mal an ist das nicht wunderschön jannis ist auch da und er hat gewonnen und wie das ganze hier entstanden ist zeigen wir euch wieder in einem kleinen zeitraffer so 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 Bis zum nächsten Mal.